Leute, heute werde ich einfach mal richtig irrenhaft in Echo sein und all meine Items einfach an irgendwelche random Spieler verschenken Ey Leute, was geht ab? Heute kommt es um ein neues Video und heute wird es richtig geil Denn, wie ihr schon gemerkt habt und gehört habt werde ich heute mal richtig krass irrenhaft sein und eine Items in Echoes einfach an Leute verschenken Und ja, es kann natürlich sein, dass wir manche Leute treffen die nicht so irrenhaft sein, die meine Items einfach nehmen und dann, ja, mich gut anscheinend oder so Aber es gibt bestimmt auch Leute, die dann einfach mit meinem Team und ja, meine Items annehmen und ja, dass wir auf jeden Fall Sender sind Und deswegen lasst schon mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen Schreibt mir in die Kommentare, was ich noch so machen soll Und Leute, jetzt viel Spaß mit dem Video, let's go! Leute, wir starten die erste Equals-Runde, let's go! Okay, wir sind Team Purple und würde sagen als erstes Leute, Eisen braucht eigentlich wirklich niemand Deswegen mein Eisen werde ich einfach für mich verwenden zum upgraden und halt Items kaufen, wie zum Beispiel Blöcke natürlich, dass wir uns auch zu den Leuten rüberbauen können So, hier noch einmal Gold upgraden Und ansonsten Leute, geht's halt wirklich nur um Gold und Dias, den ich Leuten schenken kann Ich hoffe, hier sind ein paar Ehrenhafte der Lobbys, die ich dann auch nicht wegklatschen muss Ja, und die ich einfach meine Sachen schenken kann So, ich würde sagen, ich nehme mir jetzt so ein paar Items und ich glaube, das passt dazu Okay, natürlich Ei einmal provisorisch einbauen Ich sag echt, ich glaub hier, wir helfen schwarz Leute, krass Zwei meine Geschenke an Hä? It was at this moment he knew He fucked up Bro, wie ist denn los? Okay, ich helfe ab sofort, Blue Ich helfe, ich helfe, ähm, wer heißt der, äh, Sian Ich helfe jetzt auf habe Sian, Real Talk Das geht zu weit, das erlaubst du dir nicht, Freundchen So, Sian, wir müssen zusammenhalten, check das, Kumpel Hast du Black gekillt? Nein, Black ist noch, oh Mann, wär ich nie Wär ich bei Sian geblieben, Real Talk Nein Freundchen Das erlaubst du dir nicht Oh, ich schwere, der Typ ist, oh mein Gott, macht der mich sauer Der macht mich richtig sauer Hau lieber ab, so ist es gut, Bro Oh, Real Talk ist, äh, warte Okay, Leute, jetzt Cool, es hat aber super Angriff Nein, bitte, ich muss es einkriegen Ja Nass Black hier, das hattest du nicht gedacht Hier Wärst mal lieber dankbar gewesen Mwahaha, Leute Real Talk, ich helfe dem Er tut mir leid, bitte Hat mir Ehre Hä? Hä? Achso Ja Ja, es ist netter Es ist netter Kommt, ich glaub, es ist netter, Leute Ich glaub, dem kann man vertrauen Nein Kommt, ich glaub, es ist netter, Leute Ich glaub, dem kann man vertrauen Also Sian, also von dir hätte ich das nicht gedacht Ich dachte, einer von denen wäre wenigstens ehrlich Aber nein Ich hab keinem von denen was getan Die haben immer angefangen, Leute Ihr könnt's bezeugen Jetzt fühlst du dich wie so ein Macho, hä? Fühlt sich jetzt krass, hä? Was da mit dir? Nein, 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 nein Ja Ja Ja, Leute Guckt mal Karma nennt man das, Leute Karma Was willst du jetzt machen, hä? Wärst du lieber dankbar gewesen? So Leute, das passiert mit Leuten, die nicht nett zu uns sind. Bam, Leute. Na, er hatte die Arrüstung. Er hat gar nichts. Leute, sollen wir Dark Green helfen? Wir helfen Dark Green, komm. Wenn der asozial ist, dann klatscht den auch weg, Leute. Deine Zeit. So Leute, das ist hier ein soziales Experiment. Jeder soll seine Chance haben. Dark Green, komm her, komm her, Bruder. Komm her, Bruder, komm. Ich schenke dir was, hä? Du bist ja ganz aneküpt, Bruder. So muss das doch nicht sein. Verbünd dich mit mir, Freundchen. Komm her, guck mal, ich hab Gold für dich. Ja? Ja? Ich glaub, wir haben den ersten Turm gefunden. Ich grüße ihn raus an... Matko, Matko, mein Freund. Hier, gönnt ihr Diaz. Gönnt ihr alles, Freundchen. Ich beschütze dich. Ich bin der Bodyguard. Und ich bin mal Eisen, Ehrenmann, Leute. Yeah. Yeah. Okay, Leute. Wir haben den ersten Turm gefunden. Und Leute, ich sag, ey, ich glaub, der fällt nicht in den Rücken. Komm, ich hab mir jetzt so viele Diaz gegeben. Ich glaub, wenn der mir in den Rücken fällt, dann ist Matko ehrenlos. Aber was ist denn Matko? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir, will ich auch nicht vorstellen, dass Matko ehrenlos ist. Komm bitte bei der Base, Bro. Wir chillen zusammen. Okay, Leute. Yeah, Matko, willst du ein bisschen Gold? Friss Gold, Bro. Nice. Okay. Ah, gut. Dann haben wir doch noch einen coolen der Runde gefunden. Jetzt ist die Frage, ob ich den auch gut beschützen kann als Bodyguard. Nice. Okay. Ähm. Und ja, was ist jetzt eigentlich noch meine Mission? Ah, hier, gönnt die Gold, Bro, gönnt ihr alles? Ja. Okay, Leute. Hab ich ihn grad beobachtet. Er hat aber bisher nichts gemacht. Gut, ich geh mal nicht mit, Leute. Das ist der nächste Test. Der nächste, die nächste Phase des Tests. Sass. Sass. Matko. Du, ihr seid ein Lologe. War es aus der Welt geworden? War es aus der Welt geworden? Matko. 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 Ah. Leute, nee. Nein. Das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst. Matko. Du knächtiger Hundesohn. Du knächtiger Hundesohn, Matko. Matko. Oh mein Gott, was ist das? Was? Was? We talk, nee, oder? Nee, oder? Oh mein Gott. Matko. Äh. Der Jut, Bro. Er hat noch sein Ei. Aber auch nicht mehr lang, Matko. Das Ding ist, Matko hat einfach ein Netherite-Schwert mal. Boah, ich, Leute. Ich will ihm für mich nicht so Dings rüber bauen. Okay, Matko ist nicht da, Leute. Das müssen wir jetzt nutzen. Bitte, ich will mich nicht so schnell rüber bauen, weil, Leute, ich hab um Ester in Real Talk Angst, dass ich dann runterfalle. Und Matko soll noch seine Straft bekommen. Ich will ihm wenigstens noch sein Ei abziehen. Dann mach ich noch einen auf traurig. Ja, und dann zieht er es weiter durch und will mich angreifen. Matko, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, Matko? Ist das deine Dankbarkeit? Ey, das ist jetzt... Wo ist das Ding bei? Nein! Matko hat jemanden gekillt. Matko. Matko ist draußen! Boah, bitte kommen wir nicht zu mir. Ich will doch nur Totem holen. Was? Das ist gerade Slowfall. Das war Slowfall, Leute. Hier ist Slowfalling. What? Nein, ich bin jetzt die ganze Zeit Slowfalling. Real Talk, bitte habt ihr das die ganze Zeit. Ich weiß nicht, die ganze Zeit war wirklich traurig. Ja, gut. Das wäre... Ja, gut. Pink, glaube ich, kann ich nicht mehr helfen. Ja. Pink ist dead. Eben, soll ich helfen, Leute? Das ist jetzt die Frage. Hey, blablabla. Wait, 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 wait. Äh. Hä? Was macht der? Mein Slowfalling ist weg, sehe ich gerade. Wie irgendein... Äh, Digga, der will mich verarschen, oder? Ich habe doch gesehen, dass du nicht weggerannt bist. Irgendwie ist das Gefühl, der ist eklig. Hey, blablabla. Guck mal. Guck mal, hier nach oben. Hallo? Bruder? Guck, guck, guck. Sag ich euch, lass mal zu Orange gehen. Vielleicht sind die ja offener. So, mal schauen. Aber wir sind doch ehrenlos von Egg Wars, dass ich es so vorhin für 10 Sekunden oder so hatte. Hä? Und Leute, lasst natürlich immer ein Like und ein Abo da, wenn ihr solche Experimente feiert. Generell Challenges, Experimente oder Roleplay. Machen wir alles auf diesem Kanal. Okay, Leute. Ah, hier ist Orange. Orange, du musst Orange helfen. Kann man ja doch gar nichts. Orange? Hallo? Ist der off? Hallo? Klopf, klopf. Was? Ah! Was? Das heißt jetzt eins gegen eins? Ähm. Leute? Äh. Ich frage es jetzt. Darf ich jetzt das Ei zerstören oder nicht? Ja, das ist jetzt die Frage, Leute. Wenn ich es überhaupt zerstören kann. Ne, es ist alles mit Agent Debris. Okay, Leute. Ich glaube, ich bin gearscht. Ich glaube, ich bin super gearscht, Leute. Kann der Idiot gerade? Äh. Na! Bitte, Bro! Ich kann nicht schlagen! Nein, 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 nein. Ich komme nicht raus. Leute, Leute, ich komme nicht raus. Nein, 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 nein. Bruder, bruder, bruder. Oh, 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 oh. Ey, 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 Leute, ich sag ehrlich. Das hier ist ein Sozialexperiment. Auf Ehre lasse ich ihn gewinnen. Leute. Ne, Leute, komm. Es ist ein Sozialexperiment. Stopp ihm alles, Leute. Stopp ihm alles. Stopp ihm alles. Maragde. Meine Rüstung, Leute. Und jetzt schauen wir mal, wer Ehre hat. Okay, Leute. Das war's. Bis zum nächsten Mal.